Liebe Besucher der Rheingolf, leider kann ich dieses Jahr nicht persönlich vor Ort sein, da ich gerade am Turnier in Südafrika bin. Aber es gibt bestimmt wieder viele neue interessante Produkte, die ihr dort erkunden könnt. Schaut doch mal vorbei bei meinen Partnern BMW und Tidlis. Tidlis gibt es bestimmt den einen oder anderen Schläger, der guten Speck passt für die neue Saison. Und bei BMW gibt es gute Informationen, was euch ihr erwartet auf den BMW Turnieren dieses Jahr.